so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi und ja ich fange jetzt noch mal neu an mit minecraft und zwar habe ich mir shader heruntergeladen und ein texture pack ihr seht schon das hat sich schon ein bisschen verändert ihr seht auch noch hier mein skin mein alter dann hatte ich auch 2017 auf dem server von wo wir alle drauf fahren werden zanzara stefan also satronex sascha ja der huma skin ihr seht schon hier das wasser das sieht richtig nice aus wenn man hier rein geht ich finde das richtig nice ja so hier haben wir sogar schon mal sand das ist schon mal gar nicht schlecht da kann man nachher dingsmann glas hier unten habe ich schon gesehen hier ist kohle 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 ja also ich finde es wunderschön ja so hier sind auch schon tiere und zwar ist hier ein schwein sieht jetzt so aus ich habe noch gar nicht gesagt ich spiele hier in der version 1.16.5 und mit dem shader optifine und kuda und das texture pack ist 32x32 also genau wie bei masterful es hat mir so gut gefallen bei ihm dass ich mir das genauso gemacht habe so ich denke mal wir gehen mal irgendwie richtung äh bäume hier hinten ach hier wunderschön weil wir brauchen ja auf jeden fall mal holz dann bräuchten wir eigentlich noch was zu essen also ich bräuchte auf jeden fall mal eine werkbank dann könnte ich mir nämlich schon mal eine holzachs machen es war nicht so effektiv wie eine steinachs oder eine jetzt komm ich nicht auf den namen eisenachs aber für eisenachs muss man ja erstmal eisen finden und dafür muss man erstmal ins unterirdische ja ich habe kein setzling hallo ich möchte ein setzling haben ja Sascha hat ja glaube ich irgendwie von nattel oder so die alte map wieder bekommen und zwar von 2017 war die da habe ich ja mitgebaut und irgendwie mein drecksbunker da gebaut ja das geilste haus von allen ich muss mich ein bisschen beeilen ja weil wenn es dunkel wird habe ich ein problem und zwar dann kommen die monster ja ich habe moment wieder richtig lust youtube zu machen gut dieses video mache ich jetzt ohne facecam weil ich dann lieber so spiele als mit facecam das ist irgendwie ein bisschen chilliger habe ich jetzt schon wieder kein setzling bekommen das ist ja also ich brauche mal mindestens so viel holz dass ich mir ein kleines häuschen bauen kann und ich brauche natürlich eine werkbank aber ich warte immer noch ein setzling dass ich wieder neu pflanzen kann dass ich auch wieder bäume später fällen kann guck mal wie schön das hier ich finde es so wunderschön mit dem shader man sieht auch es ruckelt bei mir nix also ich habe erst gedacht oh je ich habe ein setzling ok warum habe ich nicht mehr setzlinge sprich noch mehr holz ich darf nur nicht so lange machen also das erste video bleibt natürlich auch online noch werde ich nicht löschen nur ich jetzt neu anfange aber ich wollte hier wegen dem shader wo ich installiert habe ein neues video machen so zack wie viel holz habe ich 20 mehr mehr ich brauche setzlinge hallo bekomme ich keine setzlinge naja vielleicht fallen noch welche von dem alten baum runter so zack auf jeden fall brauchen wir eine herrne werkbank dann machen wir uns erstmal holz werkzeuge hier sind setzling oder nee aber nicht will mal später mal gucken also könnt mit den bauen also ich baue am liebsten da wo wasser ist und wo viele tiere sind also hier obwohl hinten ist ein schwein aber ich mache mir sowieso später eine farm also ist das ziemlich egal ich denke mal wir bauen ich muss mal gucken ich brauche ein kleines plätzchen zack 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 darf auch nicht so groß sein weil sonst verbrauchen wir ja zu viel holz hier warum ich glaube ich muss mich dann genauso da hinstellen oder wie muss ich mich so da hinstellen hey egal ich baue mir sowieso anders da ein haus noch ich will jetzt nur erstmal dass ich näher geschützt bin jetzt baue das wieder so hin ich glaube es nicht so so zack 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 JONZE 10 habe ich noch ich muss noch fällen gehen ich brauche noch ein bisschen das ist natürlich bitter hier sind noch ein apfel ich glaube es wird langsam dunkel also den apfel haben wir schon mal dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen was zu futtern normales bräuchten wir noch kohle unser kram damit ich mir fackeln erstellen kann ich brauche noch ich brauche noch hier liegen soll rum ich glaube es nicht hier liegt nur ein stock so hier einer hin und wo brauchen wir denn noch einer hin da und wo brauchen wir noch einen hin ich weiß es nicht so schnell noch was abbauen hier dann werden wir uns dings suchen zum anbauen ja ist also dieses getreide weizen ist das weizen gewesen was weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau weiß ich nicht mehr so schnell jetzt machen ein bisschen zwei brauche ich auf jeden fall für hier zu machen ich habe jetzt gerade mal hier ein bisschen platz ein bisschen platz habe ich ja noch so machen wir uns mal schnell eine truhe so ich glaube das reicht gar nicht an der truhe ich meine weg bank wollte ich eigentlich machen aber ich kriege hier vier das ist schon mal gut dann hier zack 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 werkbank wollte ich mal sagen so hier wieder raus so hier die werkbank hingestellt zack zack was wollte ich denn noch stock den kann man mal hier hin man ich kann ja gar nichts machen jetzt den brauche ich ja noch den brauche ich ja noch oder hinten ist schon was okay wir werden uns jetzt hier ein einbauen ja ich werde mal bereit sein hier bevor irgendjemand hier vorne ist zu essen haben wir mehr haben wir eigentlich gar nicht bauen kann ich jetzt nichts wir müssen jetzt warten bis die nacht vorbei ist im bett habe ich auch noch nicht also wir müssen auf jeden fall das erste mal noch holz ab also ein baum fällen gehen oder 23 dann werden wir ein schaf scheren da brauchen wir noch eine schere damit wir nachher ein bett bauen können dann werden wir eine farm bauen wo wir alles an pflanzen dann müssen wir noch ein bisschen rund gehen und sachen suchen wo wir anpflanzen können zum beispiel rote beete oder so ich weiß gar nicht ob es die rote beete gibt keine ahnung ich habe das modpack hier noch nicht gespielt also normal minecraft habe ich natürlich gespielt aber mit dem was hier einge mit dem shader hier aber es müsste alles geben wie im normalen minecraft ja wenn kommt noch nichts hier vielleicht haben wir glück ich will nur bereit sein hier zu machen falls monster kommen mir wird es nicht richtig ist das das bei dem shader so dunkel nur das wäre richtig nice also ich habe mal ein bisschen angespielt heute morgen also ich nehme jetzt um die uhr auf ich sag's euch 9 uhr 44 gestern gda gestreamt bis ich weiß gar nicht mal wie viel uhr es war egal eigentlich wollte ich erst pro clubs man eine fifa irgendwie so ein pokal mit julian mit up aber da haben wir uns unentschieden haben dann gda gezockt ein bisschen ein paar stündchen falls du noch mehr so gerne videos sehen möchtest und du noch kein abonnent auf meinem kanal bist kannst du ja schon mal ein abo da lassen und die glocke aktivieren natürlich hier hinten seht ihr das ist glaube ich eine spinne glaube ich da diese augen hier hinten keine ahnung oder ist ein zombie das ist ein zombie ich sehe es nicht genau aber wenn sie näher kommen muss ich hier zu machen aber schön dass es nicht zu dunkel ist das finde ich cool die tiere wo sind denn die tiere alle oder hinten ist ein skelett später werden wir mal ein richtiges schönes haus bauen das hier ist jetzt nur dass ich mich hier schützen kann vor den ganzen viechern hier draußen und dann werden wir mal ein bisschen schauen dass wir was finden wie kohle eisenerz gut das andere ist erstmal nicht so wichtig redstone und so das wäre nicht so wichtig oder hinten ist noch eine spinne das ist natürlich ein bisschen blöd für die erste folge dass ich mich hier nur eingebaut habe und ein bisschen holz hier abgeschlagen habe also baum gefällt habe ja vielleicht wird es ja gleich schnell hell wenn ich ein bett habe geht das sowieso schneller ist das hinten scharf was ist denn das da hinten ich sehe es nur um die ecke warte mal mal kurz hier abbauen kann man ja abbauen wieder aufbauen man ist gar nichts okay ich dachte da wäre ein tier wäre das weise da naja finde ich viel los hier draußen also ich habe schon gespielt da war viel mehr los aber gibt es auch irgendwie so fluch flugdrachen oder ich weiß nicht was das für für viecher sind wo vom himmel kommen die machen auch so komische töne falls ihr es wisst könnt ihr es ja mal in die kommentare schreiben ja so naja könnte mal hell werden jetzt dass wir mal raus können wieder ich traue mich nicht raus zu gehen hmm tschu tschu naja und ich werde ich mal einen cut machen hier und dann sehen wir uns gleich wieder ähm ins helles so es ist jetzt wieder tag ähm ich denke mal wir werden jetzt mal was machen wir denn erstmal hier wieder ein bisschen abbauen der kram hier wir werden uns erstmal Werkzeug herstellen so weg mit dem Ding hier erstmal später werden wir uns ein anderes Haus bauen natürlich ähm ich brauche die Werkbank zack 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 machen wir so das hier wieder ins Inventar dann werden wir ähm ach Dings brauche ich noch ich brauche noch hier zack ein paar Stück schick und dann können wir uns nämlich hier eine Spitzhacke machen auf jeden Fall mal dann werden wir uns hier noch eine Holzachs machen die machen wir uns später vielleicht aus Stein wenn wir Stein haben und was machen wir uns noch ein Holzschwert dann können wir vielleicht Tiere mit töten ah da fehlt mir was dafür da fehlt mir was dafür da fehlt mir was dafür okay ähm wir brauchen noch hier was zack jetzt können wir äh 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 voll verpeilt voll verpeilt stimmi die Stirni ist wieder verpeilt wie Ben immer sagt Stirni so jetzt können wir zum Beispiel ja ein paar Tiere töten ich mache das nicht gerne aber wir brauchen was zu essen und da wir noch nichts angesät haben oder sowas müssen halt ein paar Tiere glauben tut mir echt leid mein Schweinchen oh oh nein so das erste Schwein ist tot jetzt suchen wir uns schnell äh ich weiß nicht ein Schaf soll man es ein Schaf ein Schaf holen ein Schaf ein Schaf ein Schaf ach wo haben wir denn hier Tiere okay hier sind wir irgendwie gelandet wo kaum Tiere sind ist natürlich bitter da ist ein Schaf sogar mehrere ah nein das sind ja das sind Hühner sind das komm hier kriegen wir sogar Eier die holen wir uns hier sind Schafe so schwarz da brauche ich natürlich auch noch mach ich nicht gerne aber so hab ich jetzt nur eine weiße Wolle das ist natürlich wenig wir brauchen mindestens drei und ein weiß habe ich hier ich habe doch zwei weiße getötet oder nicht wo ist denn das jetzt hin da also müssen wir noch ein ein Schaf killen so jetzt müssen wir drei haben äh wo ist es wo ist denn die Wolle hin habe ich sie jetzt ich habe nur zwei Wolle zwei weiße äh wo ist meine Wolle hin äh okay hm zwei Wolle habe ich nur weiß und eine schwarz das bringt mir ja nichts hier oh hier ist noch ein Ei die Hühner tue ich natürlich nicht jetzt kaputt machen ist ja unnötig so ein Schaf brauche ich noch ich brauche ein weißes Schaf so hier haben wir auch Kühe aber zum Essen haben wir erstmal genug ein weißes Schaf noch so das war es aber jetzt jetzt werden wir keins mehr schlachten so irgendwo hatten wir doch gesehen so wo ist denn jetzt mein Haus wieder muss ich mal ein Haus suchen so Becken wo hatten wir doch gesehen da ähm Kohle 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 ich glaube hier war das oder was hier mit der Kohle äh äh wo war das mit der Kohle hm okay hier wäre Sand aber ohne Kohle können wir ja kein äh Glas herstellen ist ja klar ah wo war die Kohle Alter ich wusste nicht mehr oder war das hier äh nein auf jeden Fall war es doch am Wasser oder war das nicht hier auf der Map ich bin jetzt lost ich bin ein bisschen lost hier am besten erstmal irgendwie Dings sammeln da hier die ähm äh ihr seht es hier Weizenkörner die können wir dann nachher ansehen die gibt es nicht jedes Mal wenn man hier das ab erntet da muss man gucken aber wir haben hier genug Gras da ist noch eins gewesen da ist noch eins da ist noch eins noch eins und noch eins so ich denke mal wir haben erstmal genug ach ich dachte irgendwo hätten wir Dings hätte ich Dings gesehen äh Kohle 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 aber ich finde nix hm wenn ich gehe mal hier runter ähm bauen wir mal kurz hier ein bisschen ab vielleicht finden wir hier irgendwas manchmal muss man da nicht weit graben um viel Kohle zu finden wir werden sehen erstmal ein bisschen hier graben graben äh 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 ou äh Ooh o O Okay, da war jetzt was gekommen, ihr habt das gesehen Das war knapp, das war knapp, also wir haben keine kohle gefunden schade 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 Wir müssen das haus noch mal ein bisschen aufbauen wir werden erstmal jetzt Dann hier wieder raus Und werden das haus wieder bauen Braucht noch ein bisschen holz 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 so jetzt müsste eigentlich schneller gehen da wir eine Achs haben zwar nur eine holzachs aber egal Geht aber ein bisschen schneller wie als mit der hand So wir machen direkt wieder hier eine setzlinge Wir müssen uns beeilen Schwarze Wolle okay jetzt haben wir ein problem So ich denke mal das war's für die erste folge ich hoffe euch hat's gefallen Weitere folgen werden natürlich kommen Falls euch dieses video gefallen habt gibt natürlich ein daumen nach oben Da bin ich So ich sage tschüss Bis zum nächsten mal